Meine Damen und Herren, liebe Kinder, es ist soweit. Es ist tatsächlich wahr geworden. A. Haben wir endlich mal wieder ein Tastoff-Video-Tease für die Sendung am Samstagabend, 23 Uhr, wo es viele, viele, viele gute und bunte Sachen zu sehen und zu hören gibt. Und B. Haben wir eine andere Ankündigung zu machen, die Ankündigung der dritten Art, der Alien-Art. Er, nee, es ist wieder zurück, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal, ich drehe die Kamera ganz vorsichtig. Erkennen Sie dieses Gesicht noch? Ja, das hier. Das ist tatsächlich nicht Lionel Messi erblondet, nein, das ist Ruben Schulze fröhlich. Er hat jetzt seine 48 Kinder endlich eingeschult und alle mit dem Bauchladen auf die Straße geschickt zum Arbeiten. Jetzt hat er wieder Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens, nämlich für Hip-Hop, Rap und Straßengang. Seit wann bist du ein Hipster? Ich meine, du warst schon immer ein verkappter Hipster, aber warum bist du jetzt ein Hipster? Das gibt's doch nicht. Ich würde ein bisschen den Live-Style reinbringen. Lass die Leute sehen, dass das du wirklich bist. Ich freue mich, dass ich wieder da bin, voll geil. Ja, ja, die Freude ist nicht unbedingt meinerseits, aber halt mal, halt mal, ich zeig den Leuten, was es zu hören gibt. Voll gut. Ist das schön, wieder bei euch zu sein, sehr gut. Gibt's Neues zu hören von Running Wild. Wir haben Neues von Sodom. Sodom sind zurück mit Decision Day und wir reden mit Geoff Thorpe, seines Zeichens Mastermind von Vicious Rumors. Vicious Rumors. So viel geboten bei uns, das ist unglaublich. Und das Ding rift ohne Ende. Genau. So viel Qualität. Was hast du eigentlich, du hast die ganze Zeit gemacht, du hast ja nur an der Nudel gespielt, oder? Du hast ja wieder gar nichts gemacht, du hast zugenommen. Ich hab mir nur an der Nudel gespielt lassen. Das ist der Unterschied zur Studierenden. Ja, da ist Wunsch und Realität, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe her. Aufschuldigen, wir arbeiten doch gar nicht. Meine Damen und Herren, viel mehr blödes Gequatsch, die gibt's am Samstag ab 23 Uhr. Jetzt wieder mit, äh, der Bart, da hast du noch sechs Wochen drauf gebraucht. Ja, auf! Ja, genau. Da hast du nämlich gleich die Linse verhagelt hier. Also, Samstag 23 Uhr, wir beide, die Vollidioten von der Rockantenne, wieder bei Taufsdorf Aufsendung, gemeinsam das Dream Team sozusagen. Absolut. Schön, dass du wieder da bist. Ich kann mich auch. Bereit mal die Sendung vor. Tschüss!